Willkommen Marius Ebert hier. In diesem Video geht es um den Erfüllungsort. Zunächst einmal definieren wir, was das ist. Also Definition. Definition ist eine Abgrenzung. Wir können Dinge immer nur erkennen über ihre oder seine Grenzen. Definition. Also wie grenzen wir das ab? Oder wir können auch definieren, erklären über ein Wort, das den Inhalt beschreibt. Und hier gibt es ein solches Wort. Man kann sagen, der Erfüllungsort ist der Leistungsort. Der Ort also, Leistungsort, Ort an dem geleistet wird. Oder man könnte sagen, Erfüllungsort besteht aus zwei Worten. Einmal Ort und einmal Erfüllung ist der Ort der Erfüllung. Und Erfüllung ist Leistung in diesem Zusammenhang. Der Ort, an dem geleistet wird und dann sind wir wieder da oben. So, das wäre die Definition. Die nächste Frage ist, gibt es denn so etwas wie eine gesetzliche Regelung? Ist gesetzlich festgelegt, wo der Erfüllungsort sein soll? Und die Antwort lautet, nein. Eher im Gegenteil. Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit, vermutlich ganz bewusst geschaffen, dass das frei im Vertrag vereinbart werden soll. Ja, frei im Vertrag vereinbar. Gibt es denn gar keine gesetzliche Regelung? Doch, es gibt eine. Nämlich, wenn das nicht passiert. Ja, wenn also keine Regelung getroffen wurde. Wenn nicht vereinbart. Komma. Dann, ja, wenn also keine vertragliche Regelung gefunden wurde. Dann ist es, ist der Erfüllungsort, der Wohnsitz des Schuldners. Und zwar, der Wohnsitz des Schuldners zu dem Zeitpunkt, als die Schuld entstanden ist. Ja, das heißt, wenn der Schuldner umzieht, ist trotzdem der Wohnsitz relevant, den der Schuldner hatte, als die Schuld entstanden ist. Damit sind wir schon beim nächsten Punkt. Nämlich, warum ist das wichtig mit dem Erfüllungsort? Was ist also die Bedeutung dieses Erfüllungsortes? Warum muss auch der Wirtschaftsfachwirt, der Betriebswirt, warum muss man mit diesem Begriff umgehen können? Und es sind im Prinzip zwei Dinge, die hier wichtig sind. Einmal ist es die Sache mit dem Gefahrenübergang. Gehe ich gleich darauf ein. Und das Zweite ist die gesetzliche oder gerichtliche, muss man besser sagen. Die gerichtliche Zuständigkeit. Welches Gericht ist zuständig? Und damit, das verbindet sich jetzt hiermit, ja, gerichtliche Zuständigkeit gilt am Wohnsitz des Schuldners zum Zeitpunkt, ja, zum Zeitpunkt, als die Schuld entstanden ist. Da schreibe ich jetzt nicht mehr alles hin. Da ist das zuständige Gericht. Es kann also tatsächlich sein, dass der Schuldner heute ganz woanders wohnt und trotzdem aber ein Gericht zuständig ist, bis das Gericht zuständig ist am Wohnort des Schuldners zu dem Zeitpunkt, als die Schuld entstanden ist. Und das Zweite, ich hatte es schon kurz erwähnt, ist der Gefahrenübergang. Der Gefahrenübergang. Wann hat der Schuldner seine Schuld erfüllt und trägt auch die Gefahr nicht mehr, die Gefahr des Transports, wo ja eine Menge passieren kann? Wann geht die Gefahr über? Oder zunächst mal, von wem geht sie über? Gefahrenübergang vom Verkäufer auf den Käufer. Der Verkäufer ist in dem Fall der, der die Ware schuldet. Und die Gefahr geht am Erfüllungsort auf den Käufer über. Dafür ist der Erfüllungsort auch wichtig. Also gerichtliche Zuständigkeit und Gefahrenübergang, kann man im Prinzip sagen, sind die beiden Punkte, warum der Erfüllungsort wichtig ist. So, das war ein recht kurzes Video. Ich möchte deswegen im Abspann dieses Videos noch einmal den Weg des leichten und schnellen Lernens erläutern und warum das mit meiner Methode so gut funktioniert. Alles Gute, Marius Ebert. Wie kann man mit meiner Methode so schnell lernen? Mein Name ist Marius Ebert und ich gebe Ihnen eine Erklärung. Nehmen wir an, hier ist die Prüfung P, die Sie anstreben. Und Sie befinden sich auf diesem Weg zu dieser Prüfung P. Diese Prüfung P bezieht sich auf einen Abschluss vor der Industrie- und Handelskammer. Dann müssen Sie auf diesem Weg dahin, also sozusagen vorher, links von dieser gestrichen Linie, ein paar Arbeiten bewältigen, zwingend. Und diese Arbeiten heißen SSL. Was heißt das? Das Erste, was Sie tun müssen, Sie müssen den Lernstoff selektieren. Sie müssen also nach dem Kriterium der Relevanz auswählen, was aus der ganzen Fülle, die Sie in der Regel bekommen. Sie bekommen in der Regel in einem Lehrinstitut nicht zu wenig, Sie bekommen zu viel. Sie werden zu gemüllt mit Kopien aus Büchern und noch mehr Kopien und noch mehr Skripten. Sie müssen selektieren, was wirklich relevant ist. Oder wo vielleicht nur ein Dozent oder ein Dozent in seinem Hobby oder ihrem Hobby nachgegangen ist. Das Zweite ist, Sie müssen strukturieren. Sie müssen den Lernstoff in eine Form bringen. Was sind Grundgedanken? Was sind Details? Was sind weitere Details? Das typische Vorgehen eines Anfängers ist, dass er sich an irgendwelche Details klammert. Weil er sich diese Details genau vorstellen kann. Das heißt, der beschäftigt sich mit den Maserungen eines Blattes. Hat aber keine Ahnung, zu welchem Zweig dieses Blatt gehört. Weiß nicht, dass der Zweig zu einem Ast gehört. Weiß nicht, dass der Ast zu einem Stamm führt. Und dass der Stamm eine, zwei oder drei Wurzeln hat. Strukturierung bedeutet, die Baumstruktur, die eine gute Struktur ist, um Lernstoff abzubilden, abzubilden. Den Lernstoff also in diese Struktur zu bringen, wie ein Baum. Was ist Wurzel? Was ist Stamm? Was sind Zweige? Was sind Äste? Und was sind dann kleinere Äste? Und was sind dann Blätter? Ja, das bedeutet Strukturierung. Und das Dritte ist das eigentliche Lernen. Und das eigentliche Lernen besteht aus drei Schritten. Die heißen Verstehen, Vertiefen, Verwenden. Verwenden, fangen wir mal hinten an. Verwenden ist das Aktivieren in der Prüfung. Verwenden heißt Aktivieren, heißt Umsetzen in Punkte. Denn diese Prüfung ist eine handlungsorientierte Prüfung, die man nicht im Reproduktionsmodus bewältigen kann. Das heißt, es ist nicht so, dass man ein Gedicht auswendig lernt und in der Prüfung schriftlich oder mündlich sein Gedicht aufsagt. Sondern man muss praktische Situationen mit seinem Wissen bewältigen. Und das ist dieses dritte V, das Verwenden heißt Anwenden, heißt Umsetzen in Punkte. Das erste V hier oben ist das Verstehen. Wenn man vorher strukturiert hat, ist das Verstehen schon erheblich einfacher. Dann weiß man nämlich, man ist hier, man ist in den Maserungen eines Blattes oder man ist hier am Stamm des Baumes oder man ist hier an der Wurzel. Ja, schon das ist wichtig für das Verstehen, um die Zusammenhänge und die Auswirkungen zu sehen. Verstehen. Das zweite ist das Vertiefen. Vertiefen bedeutet überführen in unser Langzeitgedächtnis. Und das dritte, das Verwenden, ist das Aktivieren für die Prüfung. So, normalerweise müssen Sie auf dem Weg zur Prüfung alle drei Schritte bewältigen. Sie bekommen in einem Fernlehrgangsinstitut oder in einem Präsenzseminar zu viel Material. Nicht zu wenig, zu viel. Sie müssen also selektieren, dann müssen Sie strukturieren. Ja, aber die Dozenten, die haben das doch hoffentlich. Nein, haben Sie nicht. Der eine hat ein Skript, der andere hat Folien, der dritte hat gar nichts. Alles passt nicht zueinander, ist nicht aufeinander abgestimmt. Das heißt, Sie müssen selber die Strukturierungsarbeit leisten. Und danach müssen Sie noch lernen, das heißt, diese drei Schritte durchlaufen, verstehen, was Ihnen normalerweise schwerfällt, wenn Sie ein Präsenzseminar oder einen Fernlehrgang besuchen, weil Sie unstrukturiertes und unselektiertes Lernmaterial vor sich haben. Aber Sie müssen verstehen, Sie müssen vertiefen und Sie müssen auch das Verwenden, das Aktivieren üben. Der eine muss hier mehr üben, der andere weniger, um P, die Prüfung schriftlich und mündlich, in der Regel ist es eine schriftliche Prüfung und auch irgendwo eine mündliche Prüfung, zu bewältigen. Warum ist Marius Ebert mit seiner Methode seit 25 Jahren deutlich schneller als alle anderen, beziehungsweise die Leute, die mit seiner Methode arbeiten? Eine wesentliche Antwort, die ich hier geben kann, ist, diese beiden Schritte, selektieren und strukturieren, habe ich für Sie gemacht und anderswo wird es nicht gemacht. Und das kann ich grundsätzlich durch die Bank für fast alles sagen, was dort am Markt an Angebot sich befindet. Das Selektieren und das Strukturieren ist beides schon erledigt. Sie brauchen also nur noch das L, Sie brauchen nur noch zu lernen, indem Sie diese drei Schritte durchlaufen. Das Verstehen, das Vertiefen, zum Vertiefen gibt es Lernhilfen wie Hörbücher, also in dem Fall ein Hörbuch zu dem entsprechenden Abschluss. Und es gibt Lernkarten, die sind im Wesentlichen zum Vertiefen. Zum Verstehen gibt es die Selektion und die Strukturierung, die ist schon passiert. Das ist eine brutale Arbeit. Ja, ich weiß, von was ich rede, aber es ist für Sie gemacht. Das erfolgt heute in Form von Videos und darauf abgestimmten Skripten. Alles aus einer Hand, nämlich aus meiner. Alles aufeinander abgestimmt. Wiederholungen an der Stelle, wo es nötig ist und nicht, weil zufällig zwei Dozenten sich überhaupt nicht aufeinander abgestimmt haben. Normalerweise im Präsenzseminar hören Sie manche Sachen dreimal und manche Sachen gar nicht, weil niemand diese sechs, sieben Dozenten, die sich in so einem Lehrgang befinden, koordiniert. Eine Koordination findet nicht statt. Hier bei mir findet eine solche Koordination statt. Und der Lernende leidet, wenn er diese Koordination nicht hat. Deswegen nenne ich das, was ich hier mache, auch Lernen ohne Leiden. Weil Sie hier anfangen können, Sie können hier einsteigen. Sie müssen das nur noch lernen. Wenn wir sagen, das sind hier zwei Drittel, das ist hier ein Drittel, auch vom Zeitaufwand, vom Energieaufwand ist es hier bei den zwei Dritteln sogar noch mehr. Kostet viel, viel mehr Energie, als einen vorbereiteten Weg zu gehen, wo einem jemand ganz klar zeigt, wir sind hier an der Wurzel, aus der Wurzel ist dieser Stamm entstanden. Dann hatten wir hier verschiedene Zweige, dann haben wir Äste, dann haben wir hier Blätter. Ja, das passiert in den Videos und in den entsprechenden Begleitskripten. Diese ein Drittel sind von der Energie, vom Kraftaufwand sehr viel weniger, als hier das Selektieren und das Strukturieren. Und das ist die plausibelste für den Externen, für den Nicht-Fachmann, der sich nicht mit Gedächtnis und Lernen und Bewusstsein und diesen Themen seit, wie ich das mache, seit mindestens 30 Jahren beschäftigt. Die einleuchtendste und plausibelste Erklärung, die ich geben kann, warum das bei mir so schnell funktioniert und warum es im Umkehrschluss, anderswo, im Präsenzseminar oder im Fernlehrgang immer Leiden bedeutet. Und hier das Ganze ein schneller Weg ist Lernen ohne Leiden. Und hier das Ganze ein schneller Weg ist Lernen. Und hier das Ganze ein schneller Weg ist Lernen. Vielen Dank.